Ihr stammt eigentlich nicht aus Tscholnock, aber ich glaube, Sie sind jetzt schon ein echter Tscholnocker. Wie spüren Sie das? Ja, seit 26 Jahren arbeite ich hier in Tscholnock. Also ich kann schon ruhig sagen, dass ich ein Tscholnocker Staatsbürger bin. Das heißt damals, als die Musikschule hier gegründet wurde? Ja, in 1963. Und wo ist eigentlich die Heimat? Die Heimat ist in Euker, Toshock, Berend, jetzt Euker, vierter Bezirk. Und dort waren auch viele Kapellen, viele Leute, die gern musiziert haben oder in der Familie? In der Familie, mein Vater hat auf der Ziehharmonika gespielt, jeden Tag kann man sagen. Also die Musik zur Liebe, die Liebe zur Musik kommt von dort schon, von zu Hause aus. Ihr habt mir jetzt das Wort gegeben, die Liebe zur Musik. Und ich bin jetzt in der Lage, ich habe nie musiziert. Aber ich denke, das ist doch ein großer Wert, was die Kinder da in Tscholnock bekommen. Vielleicht wissen Sie es damals gar nicht, überhaupt Musikinstrumente in die Hand zu bekommen. Wenn ich zurückdenke an meine Kindeszeit, wenn wir aus Hohlstammen Blockflöten gemacht haben und darauf gespielt haben und wenn wir ein Instrument, ein echtes Instrument in die Hand gekriegt haben, wir waren sehr froh und glücklich damit. Sie haben aber auch dann die Kulturgruppe übernommen und den Gemischchor eigentlich. Naja, das haben andere, Frau Schelmetzi und Kasper Mons und ich könnte noch viele erwähnen, die das wieder ins Leben gerufen haben. Ich mache nur die künstlerische Leitung eigentlich. Die Leitung machen die anderen. Wie schätzt jetzt diese vielen Jahre Janusz Vody ein? Johann Vody. Ich meine, ich kann ruhig sagen, dass ich aus meiner Arbeit aus ein glücklicher Mensch bin. Weil wenn das Hobby mit der Arbeit sich trifft, dann kann nur was Gutes herauskommen.